MoVeber 2012 Lieber MoMsty als NoStyle MoVeber 2012 MoVeber 2012 The player trägt Mustache MoVeber 2012 Ich trag meine Haare nur im Gesicht MoVeber 2012 Auf dem Eis lieber mit Popelbremse als mit angezogener Handbremse, auf Movember 2012. Wir sind die MoBros Germany 2012, wir nehmen teil an der Charity-Aktion, dem Movember, eine Charity-Aktion gegen Trostata-Krebs, 30 Tage Schnurrbart wachsen lassen, wir nehmen natürlich gerne auch Spenden entgegen. Uns als Gruppe vom Krefel IV geht es hauptsächlich aber um das Bewusstsein deiner Krankheit. Die nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden soll, geht zur Vorsorgeuntersuchung, macht eure Check-Ups und bleibt gesund. 30 Tage Schnurrbart!